hi meine freunde ich bin es wieder euer noma willkommen zu darktales und diesmal gehen wir in die afrikanische minen mal sehen was es da erwarten wird hoffentlich wird es nicht gruselig und wir finden viele schätze find gyro our next stops afrika and the center of the earth what treasure do you think you find there rocket scrooge only the largest gem known to history the giant diamond of the inner earth snicken auf der ogen hi lads this is the place i can feel all those diamonds singing to me and it's a right pretty song too gyro i thought you said this winch was brand new it was it's an unbreakable diamond tether mr mcduck i made it myself so long as you didn't use any of my diamonds to do the job what's all this hullabaloo your lunch break isn't for two hours yet we heard voices down there mr mcduck strange ghostly voices nonsense there aren't any voices down there whatever you say mr mcduck but your mind is haunted you finish digging it oh you want anything done you've got to do it yourself and believe me if i hear voices down there i'll give them a good talking to i used to hear boys i'm going to get to the bottom of this the rock bottom mr mcduck this mine shaft goes down for miles so und da sind wir jetzt in der mine und ganz praktisch haben die bösewichte die auch immer hier sein werden einfach mal geister benutzen um so zu tun als wäre hier was äh nicht ganz koscher dass die leute abhauen dass die äh sachen machen können oh oh da gibt's ja wieder diamanten ohne ende ja selbst darüber wird wieder hier dann im wesen fein aber dafür braucht er auf einem becklaken das gibt's ja nicht einfach hier so zu finden würde ich nur behaupten oh da ist was oh das sieht aus wie ein schlüssel so wo müssen wir denn den schlüssel jetzt hinbringen inventar ein schlüssel ich würde behaupten wir gehen jetzt nur zurück wo der schlüssel war das war nicht nett das war nicht nett hey you found the key did the ghosts have it oh i'm telling you kids for the last time there are no ghosts in this mine i don't know about that uncle scrooge something must have cut the tether line and broke the winch and scared away those workers i'll tell you what scared them away overactive imaginations i'm not about to let a bunch of silly superstitions stand between me and the giant diamond of the inner earth now man the controls and lord away lads so jetzt geht die wilde fahrt abwärts ach wir könnten mal kurz hier gucken was uns erwartet hm wir könnten mal links her gehen vielleicht und dann nach oben oh da unten ist schon direkt her hier ist was das herz ja das herz bin ich happy es ist alles voll happy wir gehen jetzt erst mal hier rechts oh wieder so dass die sachen immer am anfang kommen das ist eigentlich sowas von unnötig so ja sehr nice können wir hier oh ein diamond und ein saphir oh da oben ist noch was so noch ein äh 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 morobin war das her nur robin ich glaub hier sind wir jetzt hier rüber gehören und haben unser Leben investiert aber die enten sind sehr cool aus Und auch die Space, die Ente sind da zu weh gegen. Achso, ja, stimmt, wir müssen jetzt da runter. Und natürlich immer sehr viel Diamanten sammeln und Rubine, wenn es möglich ist. Ach, schade. Ich dachte, ich komme da rüber. Aber hier ist irgendwas noch. Die Steine sind nicht unnötig, so brückelig. So, wir gehen da jetzt hoch. Nein, 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 nein. Warte, erstmal hier nochmal hüpfen. Hier ist nichts mehr. Nein, gehen überhaupt. Oh, da könnte was sein, oder? Die sieht sehr verdächtig aus da oben. Aha. Aha. Da sind nie unnötig Steine hier. Da kann man eigentlich schon drauf wetten. Ähm, ja. Okay. Nein, das war der Fallschuh. Scheiße. Ich glaube, jetzt kommen wir da nicht mehr ran, oder? Ich probiere einfach immer mal, wenn ich da so eine Öffnung sehe, ob man da rein kann und manchmal noch klappt es halt, ne? Es ist ja so offensichtlich hier irgendwie, dass da was ist, wenn es nur eine Münze ist, oder also nicht eine Münze. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ach, der darf mich nicht treffen. Ja, ist okay. Ich habe verstanden. Okay, 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 ich gehe ja schon, ich gehe ja schon. Ja, okay. Da waren wir jetzt da oben komplett. Jetzt kommen wir hier runter, wie ich gedacht habe, da muss ja irgendwas sein. Warum sind die die Steine? Okay, der ist für hier. Oh, der war zur Irritierung da. Zur Blockierung. So ein Schwein. Darf schon wieder so rein, oder? Und du Kledermausen, du trickst mich nicht. Haha. Oh, ja, wie komme ich da hoch? Ah, okay. So, man darf nicht immer den Fogostück benutzen, weil ich mittlerweile gelernt hoffe ich noch. Okay, jetzt gehen wir einmal komplett durch den ganzen Bereich hier. So, dann gehen wir mal jetzt hier runter. So, dann gehen wir mal jetzt hier runter. Oh, man. Oh, Mann. 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 Der ist aber schon sehr innovativ für mich als Spiel. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie das Original war. Wir könnten jetzt natürlich nochmal zurückgehen, aber das wäre ja unnötig. dwa, okay. Oh. Der war knapp. Dann fahren wir jetzt mal ne wilde Tour. immer diese passagen hier kann man einfach springen und dann springt er mit aber wenn man von Lore zu Lore springen will, dann muss man die Falltassen gedrückt haben Jaja Das ist schon sehr gemein Oh was ist denn hier los? Oh was ist denn hier? Oh was ist denn hier? Schon sehr süß, die Kleine, oder? Ich mag Krik, Krik und Fack. Hm, wozu bringt uns das hier? Okay, war das so gedacht? Okay, hüpf, hüpf, steißen, okay. Ja, nicht ausrasten. Nicht immer sofort ausrasten. Hm. Haha. Ja. Wo ist da denn? Da komm ich nicht ran, ja. Egal. Hey. Ist nicht fair. Na, schade. Aber es hat sich gelohnt, wir haben 50.000 bekommen, also einen Rubin. So wieder. Und hier sind schon wieder Panzerflasser, wo kommen die denn bloß wieder her? Ja. Die hätte ich theoretisch so weiterspringen können. Oh. Wäre natürlich cool, wenn es auf der Wii auch so Trophäen gäbe oder sowas. Aber leider haben das nur die ganzen anderen Konsolen und Steam. Ach komm. Warte, warte. Oh, den haben wir noch. Den haben wir noch gepickt. Nur weil mal wieder Geld geil ist hier, ne? Aber Dagobert ist halt so, da können wir nichts machen. Was haben wir denn hier schönes? Oh. War doch klar. Ah. Ach, da hab ich jetzt falsch gemacht. Nein. Ach nun. Da hab ich leider meine 50.000 geopfert. Hier nix. Das tut mir sehr leid. Das tut mir sehr leid. Ja, überall kann was sein. Komm. Wie mal alles ist. Wo haben wir denn hier noch mal? Ach, ja, bisschen reich. Das tut gut. Oh! Oh! Einmal hier. Oh! 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 Is anyone causing all the ruckus up above? Well, I have heard enough! Oh! Ah, shot it. Heh, heh. Oh! Oh, nice! Okay. Erst wenn ich wieder... Ah, Wolf kommt! So, komm! Ach, schade, das klinge ich da nicht. Oh, ich dachte, jetzt kommen sie die Rolle. So, komm! Oh, komm! Oh, komm! Oh, ich kann mich nicht mehr unter Ihrem Anwalt unter Ihrem Anwalt, stranger. Was ist das, was du von uns wünschst? Well, zu Beginn, stoppe diese Infernal-Games. Du hast die Weltkrieg, schützt meine Arbeit, und schüttzt meine Werkzeuge. Es ist jetzt nicht möglich für Diamonds. Diamonds? Aye, Diamonds. Like this one. Though the particular one I'm after is a fair bit bigger. Oh! You refer to garbage rocks. We have no use for garbage rocks. They're hard and sharp, and you can't roll on them at all. You don't say. Tell you what, I'll do you a favor and haul away your, uh, garbage rocks. Free of charge. Just keep the Earthkrieg to a minimum. Alright? Agreed! I am proud to announce that the Terrafirmians hereby welcome your garbage rock mining operation. Here you can start by getting rid of this one. Bless me, Bagpipes! The giant diamond of the Inner Earth! So, und da ist der Diamant. Aber erstmal will ich mal gucken. Okay. Ja, schade. Ich dachte, man könnte auch hier irgendwas machen. So, da haben wir was geschafft. Was haben wir denn jetzt alles bekommen? 1,2. Okay. 2,2. Oder 2,3. Das ist so schöne Zahl. Fast 9 Millionen. 2,4. 1,5. 2,5. 3,5. So, wir gehen aber noch nicht direkt zum nächsten Punkt, sondern wir gehen erstmal in unseren Tresor, um zu sehen, wie es jetzt mittlerweile da unten aussieht. Ja, ich glaube, das füllt sich hier, oder? So, da haben wir unseren Stab, unsere Münze und unseren Diamanten. Sinkt ja ein bisschen ein. Egal, da gehen wir wieder hoch. Haben wir genug geguckt für heute. So. Und dann würde ich sagen, verabschieden sich Tick, Trick und Track. Dagobert und der Johann und ich natürlich und bis zum nächsten Mal. D D D Untertitelung des ZDF, 2020